Corona bietet derzeit nicht viele Freizeitmöglichkeiten. Die Fenster der Stadtbibliothek Reutlingen zeigen aber, dass Kinder trotz Lockdown und Homeschooling ihrer Leidenschaft nachgehen, dem Fotografieren. Dabei ging es den Kindern des Vereins Kulturwerkstatt bewusst um das Thema Natur, Umwelt, Umweltverschmutzung, das sie bei ihren wöchentlichen Online-Treffen herausgearbeitet haben. Die Fotos und die Gedanken der Kinder dazu können noch bis Mitte Mai begutachtet werden.